Hallo und willkommen bei Hertha Geek, Freunde. Heute mit dem Vorbericht DFB-Pokal-Viertelfinalspiel gegen 1. FC Kaiserslautern. Mittwoch 20.45 Uhr ist es dann endlich soweit, das Warten hat ein Ende. Ja, ich möchte hier ein bisschen über die PK reden, dann natürlich über Kaiserslautern und am Ende gibt es meine persönliche Aufstellung. Spiel ist ausverkauft laut PK und 18.30 öffnen die Pforten. Also man sollte zeitig da anreisen, ja. Die Hütte ist voll. Parkplätze wird es ja kaum mehr geben, wenn man zu spät kommt. Also Leute, seid rechtzeitig da. In der PK war für Pahl Co-Trainer Tamas Bodok auf dem Podium mit Benni Weber zusammen und es war jetzt ehrlich gesagt nicht viel Neues, außer dass Reze auf jeden Fall spielen wird. Also darauf können wir uns freuen. Reze wird auf jeden Fall spielen. Wie lange, ja, ist noch ein Geheimnis und von wann er dann spielen wird, kommen wird, von Anfang an oder erst zum Ende hin oder so bla bla. Noch Geheimnis. Aber jedenfalls wird Reze spielen. Geil. Geil. Er kann dann natürlich den Unterschied ausmachen. Wer auch natürlich wieder dabei ist, ist Niederlechner, Leute. Ja, wie geil ist das denn? Niederlechner und Reze, ey. Die haben ja so gefehlt. So gefehlt. Jetzt können sie beide performen und Tore schießen, beziehungsweise vorbereiten. Ja, Niederlechner. Juhu. Ich freue mich. Also Niederlechner hätte ich ja wirklich schon am Wochenende so gern gesehen, ey. gegen wen wie Spahn. Ich meine, Tabakovic hatte ja seine Chancen gehabt, Leute. Ja, ich habe ja einen Bericht dazu gemacht. Könnt ihr am Ende dieses Videos nochmal reinziehen. Ich verlinke das. Aber naja, so ein Typ wie Niederlechner, der die letzten Spiele, bevor er die rote bekommen hat, richtig geil performte und auch knipste. Braucht man halt. Hat man hier gesehen. Hat man gesehen am Wochenende. Aber okay. Jetzt ist er ja wieder dabei. Okidoki. Ein bisschen was zu Kaiserslautern. Die sind Platz 14 momentan. Haben mit Aache acht Tore hat er schon geschossen. Und Tachy zwei Tore. Vier Vorbereitung. Richtig flinke, bewegte Stürmer vorne, ja. Die immer einen Stich setzen können. Vor allem Tachy flankt natürlich gern hoch rein auf Aache. Und das passt. Die sind eingespielt. Da muss man megamäßig aufpassen. Aber ansonsten, Leute, Kaiserslautern konnte in neun Spielen in Folge nicht mehr gewinnen. Er ist letzten Spieltag gegen die Truppe aus Gelsenkirchen 4-1 gewonnen. Und somit die Talfahrt gestoppt. Ja. Also, by the way, kein Übergegner. Ja. Also, wir haben ja sie geschlagen im ersten Spiel, im Hinspiel der Liga. Und obwohl das erst in der zweiten Halbzeit nice aussah. Und da kam ja auch der Rehse rein. Naja, vielleicht gibt es da eine Wiederholung. Aber dann hatten wir die Nuss, sag ich mal so, geknackt. Und auf den Betze gewonnen. Spannend wird das Kopfball-Duell, Freunde, zwischen Aache und Kempf. Denn Kempf ist, können wir drauf stolz sein, in Sachen Kopfball-Duellen, die Nummer 1, ja, mit 96 gewonnenen. Top-Wert in der zweiten Liga. Und Aache mit 66 gewonnenen Duellen. Auch ein Top-Platz 6. Teilt er sich mit Toni Leisner. Aber eben auch der Beste von Kaiserslautern. Also, da wird in der Luft viel los sein, ja. Die werden probieren. Die sind, glaube ich, auch, habe ich gesehen in der Statistik, in Sachen Flanken aus dem Spiel weit vorne. Werden immer probieren, den Aache in, naja, in die Szene zu setzen, ja, ins Kopfball-Duell. Aber keine Angst. Wir müssen wirklich keine Angst haben. Wir haben ja hinten den Kempf und den Leisner. Die haben auch richtig gute Werte. Aber es wird spannend. Ich denke mal, das ist so eine spielentscheidende Geschichte, wie das ausgehen wird in diesen Duellen. Da wird es einige geben. Auf jeden Fall. So, genug zu Kaiserslautern. Ja. Ich mache jetzt mal hier meine Aufstellung, Freunde. So, natürlich hinten der Ernst. In der Mitte Kempf, Leisner. Kempf fand ich jetzt auch am Wochenende ganz gut. Also, da hat er nicht so gepatzt. Er hat sich stabilisiert. So kann man es ja auch mal sagen. Links mein Freund Karbovnik, den ich ja momentan absolut abfeiere. Rechts Kenny natürlich, unser Goal-Getter. Also, die Abwehr steht. Die Abwehr steht. Davor jetzt aus meiner Sicht mal Clemens. Ich würde Clemens bringen. Martin Dardai hat mir jetzt irgendwie nicht so gut gefallen. Nicht so gut. Ich weiß, dass es immer so eine hauchdünne Entscheidung ist zwischen Clemens und Dardai. Aber ich würde Clemens bringen. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Und deswegen aus meiner Sicht eher in diesem Spiel. Barkok davor. Ja, offensives Mittelfeld. So ein bisschen jetzt der Zehner. So ein bisschen so reinschieben. Und er hatte auch gut performt am Wochenende. Er hatte seine Szenen gehabt. Er konnte die leider nicht ummünzen in Bares. Also in Tore. Und ja, war schade. War schade. Aber er ist ja noch recht frisch bei uns. Kann noch nicht durchspielen. Man wird sehen, ob es jetzt im Pokal funktioniert. Ansonsten muss dann adäquat gewechselt werden. Aber wir haben ja noch ein paar gute Jungs auf der Bank. Also Barkok. Offensives Mittelfeld. Dann, Freunde, Reze. Scherhand. Ja, das habe ich mal so geteilt. Weil wir wissen ja, dass Reze nicht durchspielen kann. Und Scherhand wird sein Backup sein. Jetzt ist die Frage, wer wann spielt. Ja, wer beginnt und so weiter. Wird man sehen. Aber da sehe ich Reze Scherhand auf der Seite. Dann natürlich Niederlechner. Ja, er ist ja so heiß. Er ist so heiß, der Niederlechner. Also der will. Jawohl. Der ist da natürlich auch gesetzt aus meiner Sicht. So die hängende Spitze hinter Fluppe. Dann bin ich auch ein Freund von Sifuik auf der Rechten. Ja. Solange mit dem Winkler das nicht funktioniert und anscheinend unser Christensen auch nicht für die Startelf vorgesehen ist, sonst hätte man das ja schon mal gesehen, bin ich der Meinung, dass Sifuik, der auch nach hinten gut spielen kann, der sich immer voll reinhängt. Und ich glaube, es wird halt ein mega Kampfspiel werden. Pokalspiele, Freunde, sind immer Kampfspiele. Ja. Das sind keine normalen Spiele. Und da brauchen wir auch so einen Typen wie Sifuik, der wirklich nicht lang überlegt. Kenny Sifuik. Ich habe es ja schon oft erwähnt. Best Buddies. Ja. Wenn Kenny Sifuik ins Spiel bringt, gibt es oftmals so einen blinden Doppelpass und dann zack nach vorne und Sifuik, zack, Flanke. Und dann hoffen wir mal, dass Niederlechner, der auch kopfweit stark ist und Tabakovic, dann das Ding einnicken können. Oder eben von der Seite dann noch dazukommen, der Scherz oder Reze. Müssen wir dann halt sehen, Freunde. Müssen wir dann halt sehen. Aber ich würde Sifuik bringen, auch wenn er natürlich immer ein Garant für eine gelbe oder eine gelbrote ist. Der ist so übermotiviert. Ich mag ihn ja. Das muss er noch so ein bisschen reduzieren können. Ja. Aber die Aufstellung finde ich Bombe. Also ich denke mal, wenn das so gehen würde, wäre das auf alle Fälle eine Siegertruppe. Ja. Okay, Leute. Das zu meiner Aufstellung. Wir brauchen kein Angst haben. Nein, es kommt kein Übergänge. Und wir müssen einfach wieder konzentrierter spielen und nicht so uns auskontern lassen. Ja. Wie am Wochenende. Das war wirklich ein Megafehler gewesen. Aber ich bin ganz sicher, das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Und der Pokal kommt immer näher. Wenn wir das schaffen sollten, Viertelfinale zu gewinnen, freuen wir uns im Halbfinale. Ja, das weiß die Truppe. Deswegen wird da die Konzentration viel, viel stärker vorhanden sein. Also da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie, ja, also es hat hier nichts mit wem wie es Bahnen zu tun am Wochenende, bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Danach natürlich wieder mein Spielbericht, Highlights und Analysen. Und ich hoffe, wir strahlen dann alle. Okay? In diesem Sinne, bleibt gesund, gleich sportlich. Bis Bis zum nächsten Mal.